Investitionsrechnung, Amortisationsrechnung, Beispiel inklusive Lösungen. Ein weiteres statisches Verfahren stellt die Amortisationsrechnung dar. Mithilfe der Amortisationsrechnung kann ermittelt werden, wie viele Jahre es dauert, bis das eingesetzte Kapital einer Investition durch Gewinne wieder zurückfließt. Daraus folgend ergibt sich, dass je geringer die Amortisationsdauer, umso geringer das Risiko einer Investition. Und basierend auf dieser Folgerung sollte sich ein Unternehmen auf Basis der Amortisationsrechnung für jene Investitionsalternative entscheiden, welche die geringste Amortisationsdauer aufweist. Die Berechnung der Amortisationsdauer erfolgt, indem sie die Anschaffungskosten um den Restwert reduzieren und anschließend durch die jährlichen Gewinne zuzüglich der kalkulatorischen Abschreibung dividieren. Sehen wir uns hierzu ein konkretes Beispiel bzw. eine konkrete Übungsaufgabe an. Die TPN GmbH ist ein Produktionsunternehmen, welches im Rahmen einer Erweiterungsinvestition eine Produktionsmaschine anschaffen möchte. Das Unternehmen ist sich jedoch unsicher, für welche Maschine es sich entscheiden sollte. Es stehen zwei Investitionsalternativen zur Auswahl. Welche der beiden Investitionsalternativen empfehlen Sie der TPN GmbH auf Basis der Amortisationsrechnung? Weiters im Rahmen der Kostenvergleichsrechnung bzw. der Gewinnvergleichsrechnung haben Sie bereits die Gesamtkosten sowie den jährlichen Gewinn für die beiden Investitionsalternativen berechnet. Die Anschaffungskosten betragen bei der Maschine A 41.500 Euro und bei der Maschine B 44.000 Euro. Die Nutzungsdauer beträgt jeweils 5 Jahre. Der Restwert nach den 5 Jahren beträgt bei der Maschine A 11.500 Euro und bei der Maschine B 14.000 Euro. Die kalkulatorische Abschreibung beträgt jeweils 6.000 Euro, also 6.000 bei Maschine A und 6.000 bei Maschine B. Und der jährliche Gewinn ist bei der Maschine A 5.000 Euro und bei der Maschine A mit 7.000 Euro angegeben bzw. wurde bereits errechnet. Sehen wir uns jetzt die Berechnung an. Im ersten Schritt müssen wir hier die Anschaffungskosten um den Restwert reduzieren. Die Anschaffungskosten finden wir in der Angabe Maschine A 41.500 und der Restwert liegt bei 11.500 Euro und wenn wir diese 11.500 nun von den 41.500 subtrahieren, kommen wir auf 30.000 Euro. Weiters müssen wir dann hier noch den Gewinn mit der kalkulatorischen Abschreibung addieren. Das heißt, wir haben hier bei Maschine A einen Gewinn von 5.000 und eine kalkulatorische Abschreibung. Dementsprechend ergibt sich daraus 5.000 plus 6.000 ergibt 11.000 Euro. Diese 11.000 sind dann dementsprechend unser korrigierter Gewinn. Und schlussendlich müssen Sie dann nur noch die 30.000 Euro dividiert durch die 11.000 dividieren. Und so erhalten Sie für die Maschine A eine Amortisationsdauer von 2,73 Jahren. Und dasselbe machen wir nun für die Maschine B. Wir haben hier einen Anschaffungskosten von 44.000 Euro und einen Restwert von 14.000 Euro. Woraus sich wiederum 30.000 Euro ergeben. Im zweiten Schritt nehmen wir wieder den Gewinn von 7.000 Euro und zählen hierzu die 6.000 kalkulatorische Abschreibung hinzu. Woraus sich dann ein korrigierter Gewinn von 13.000 Euro ergibt. Und wenn wir abschließend dann noch die 30.000 durch die 13.000 dividieren, haben wir wieder die Amortisationsdauer. Die in diesem Fall aber für die Maschine B. Und diese liegt bei 2,31 Jahren. Wichtig vielleicht im Zusammenhang damit ist auch zu wissen, dass Sie hier die Nachkommastellen unabhängig wie hoch die ist. Bitte immer aufrunden. Denn wenn Sie hier abrunden würden, dann hat es zur Folge, dass die Investition noch nicht zur Gänze amortisiert ist. Das heißt noch ein paar Euros fehlen. Und dementsprechend hier bitte immer aufrunden. Dann geht sich das Ganze auf alle Fälle aus und die Investoren haben ihr Kapital zur Gänze wieder retour. Ja und abschließend müssen wir diese beiden Amortisationsdauern noch miteinander vergleichen. Bei A sind es 2,73 Jahre und bei B sind es 2,31 Jahre. Und letztendlich ist es immer besser das Geld früher als später zurück zu bekommen. Und aus diesem Grund sollte sich die DPN GmbH hier in diesem Fall für die Maschine B entscheiden, da hier das Risiko geringer ist, weil das Kapital dementsprechend wieder früher zurückfließt. Und aus diesem Fall für die Maschine Binnen und Binnen und Binnen und Binnen und Binnen und Binnen und Binnen.